so einen wunderschönen tag willkommen heute zum nächsten video ich habe hier angekündigt ich zeige euch was es ab sofort bei mir zu essen gibt um meinen magen darm beziehungsweise meine verdauung wieder herzustellen das ist jetzt das frühstück das wird dem übrigen immer frisch gemacht meine frau macht das ja nicht cardio mache super gut leute wenn euch das video gefällt bitte daumen oben da lassen bei fragen rund um die verdauung unten in die kommentare wir beginnen jetzt mit dem mit der mahlzeit nummer eins und die ist relativ simpel viel spaß ach komm eigentlich weißt du dass pizza und süßigkeiten sich nicht geiler machen die frage ist also nicht was sondern wie wie komme ich also ins ziel wenn ich gesund essen soll hart trainieren soll mich nur um die kinder die familie kümmern soll und auch noch vollzeit arbeiten gehen muss und es endlich abnehmen schnell muskeln aufbauen oder sich einfach mal gerne im spiegel angucken dann hör auf weiter ist zu verschwenden und bewirb dich hier befinden was schick ist für dich jetzt attacke bis gleich ok wie bereits erwähnt im vorherigen video haben wir ein bisschen über verdauern gesprochen dass wir langsam und schritt für schritt immer mehr lebensmittel mit dazu packen wir sind jetzt immer noch bei eiklar mit eiern jetzt kommt allerdings etwas mixed gemüse dazu pilze hatte ich zuvor in der diät auch paprika kommen jetzt dazu und lauchzwiebeln dazu habe ich noch ein paar gurken salat und ingwer ich werde jetzt im laufe der tage immer mehr verschiedene gemüsesorten einbauen und danach geht es dann quasi darum wirklich ballaststoffe zuzuführen zu schauen welche ballaststoffe ich brauche mit pulver mit supplements da gibt es einige in der beschreibung unten findet ihr zum beispiel auch den link von gannikus da gibt es gut zum in plus das ist ein supplement was ich künftig benutzen werde jetzt geht es aber tatsächlich erst mal nur um das essen denn da beginnt der ganze spaß ok liebe leute willkommen zur mahlzeit nummer zwei ich hab das alles schon mal vorbereitet ich habe gesagt wir werden ein bisschen mehr gemüse variieren ich habe jetzt hier ganz normales hähnchen das sind zwei portionen ein großes stück kommt da das gemüse mit drauf damit zum gemüse mix da sind pilze drin brokkoli blumenkohl karotten ein bisschen paprika ein bisschen mais dazu gibt es noch selbstgemachte guacamole avocado mit verschiedenen gewürzen in paprika drin knoblauch drin wir haben salz auch hier bei dem knoblauch ballaststoffe mit drin das gemüse bisschen mit ballaststoffen und wie ihr vielleicht bemerkt habe beim frühstück gab es keine kohenhydrate malzeit zwei gibt es auch keine kohenhydrate genauso wie bei malzeit drei vier und fünf ich habe nachdem ich jetzt meine eskalation hatte die letzten paar tage da gab es noch thanksgiving da waren wir ja natürlich auswärts essen die zeit habe ich meiner frau genossen aber jetzt will ich gerne einmal sauber machen und möglichst alle entzündungen nach unten verschieben also so wenig wie möglich und dazu müssen halt eben ein bisschen die kohenhydrate raus in meinem fall gehen jetzt ganz raus für ein paar tage denn ich habe noch ein gast posing am wochenende das heißt wir machen jetzt 45 tage low low carb dafür mehr gemüse salat ein bisschen mehr fett das kommt jetzt auch noch gleich dazu dafür die guacamole und ein paar nüsse da gibt es dann pekannnuss und walnuss ich habe die hier gepackt das hier ist so ein nussmix mit getrockneten früchten haben wie gesagt walnuss ist da drin die packe ich mir immer ein bisschen drauf die wiege ich eigentlich ab das dürfen zu 20 30 kann sein das ist völlig in ordnung faselnüsse dabei das sind noch getrocknete cranberries mit getrocknete rosinen goji beeren sehe ich hier drin also im prinzip ist so ein antioxidant mix der liefert genauso wie die anderen sachen ballaststoffe löslich unlösliche wer noch nicht weiß was das ist schaue ich mir das erste video an der erkläre ich im prinzip alles rund um verdauern wie man sie kaputt gemacht hat wer betroffen ist wie man sich darum kümmert mit ein paar tipps und tricks und wie das alles so funktioniert weil es ist verdauern ist nicht einfach was du oben rein steckst und wie es rauskommt sondern die ganzen zwischenschritte die er unheimlich wichtig sind und um die geht es im ersten video hatte das abchecken das geht es in den kopf und dann gehen wir eine runde ins gym von diesen beinen dran darum geht es aber nicht sondern um ein aus diäten beziehungsweise wieder herstellen des magendarms ich hoffe die videos gefallen euch soweit wie gesagt wenn ihr irgendwelche fragen habt rezeptideen braucht was auch immer unten gerne reinschreiben kann aber schon mal vorweg sagen meine frau ist der king was das anbetrifft checkt man ihr instagram ab charlie punkt sommerfeld da macht sie richtig richtig geile diät sachen die hat mir in meiner diät abend zum beispiel ein eiklar fluff gemacht süß mit mit so ein bisschen nüßchen drin dann frühstück macht sie meistens also alle guten sachen macht meine frau monik mal abchecken die poste die rezepte auf instagram genug gelabert das geht jetzt eine runde mikrowelle und dann gehen wir ins gym und wir sehen uns zur mahlzeit nr 3 und natürlich traditionsgemäß salat bisschen gurke auch ballaststoffe genauso wie der salat der hat auch ballaststoffe außerdem sind die kalorien die ich gerade esse vom volumen her relativ hoch aber nicht kalorien reich das heißt es erhöht mein stuhlvolumen meine kacke wird größer also kann man besser auf toilette gehen ohne dass man sich viel kalorien rein schrubbt ich denke ab freitag werde ich langsam wieder kohlenhydrate mit dazu packen da starten wir ganz mit reis und hier noch mal der master tipp ich verraten immer habe ich im ersten video schon gesagt kalt den reis essen also man macht den reis stellt den kalt lässt ihn auskühlen und dann entwickelt sich resistente stärke resistente stärke und habe mich gut für magen da so was geht noch natürlich die habe ich so vermisst guacamole gute ladung drauf dürfen ruhig so 50 70 gramm sein schadet nicht so geil ich will mich ja nicht selbst loben aber meine guacamole schmeckt echt lecker gut das geht jetzt rein und dann sehen wir uns nach dem gym nein wir sehen uns auf dem weg zur massage wir haben heute die massage meine frau nicht einmal durchkneten nach dem wettkampf ich habe jetzt zwei wettkämpfe gemacht ohne therapie ohne gar nichts das ist schon einige wochen her ich merke das also ich bin ein bisschen steif oben rum unten rum halt nicht nur oben rum bisserl steif nach hungrig kommt dumm wir essen jetzt eine runde so training ist vorbei gute session anderthalb stunden ein bisschen hamstrings und quats postworkout wie gewohnt die supplements free adept omega vitamin d3 backup d3 mit k2 und natürlich peanut chocolate caramel liebe leute it's time diät ist vorbei es gibt wieder normales konzentrat übrigens kleiner schuss kaffee mit rein das gibt es jetzt gute 40 gramm leider ohne reiswaffeln weil wir machen ja low low carb falls euch aufgefallen ist ich habe heute morgen bären so getrocknete goji beeren gegessen und ich dachte mir noch am ende mike du idiot du ist nicht zero carb ich erst low low carb also ich habe jetzt keine kohlenhydratquellen wie reis kartoffeln nudeln also reine kohlenhydratquellen ich habe diesen muss mix mit diesen bären mit dabei und natürlich da sind kohlenhydrate drin im brokkoli sind kohlenhydrate drin die zähle ich aber nicht ich rede rein von kohlenhydratquellen an sich dann gibt es jetzt wenn wir den shake drin haben nach einer stunde wieder hähnchen mit anderen gemüse jetzt mit viel karotte brokkoli blumenkohl unten sind ein bisschen maiskörner drin verschiedene gebürze kann ich das mal zeigen wie schön dass hier aussieht ich wollte nur noch mal anmerken dass es jetzt mal ausnahmsweise kein weißer fisch weißer fisch oder die weiße fisch periode ist zum glück beendet meine frau dank mir sie lacht schon ganz fleißig hinter der kamera und bevor ich vergesse dass mir ganz ganz wichtig ganz ganz großes shout out an jungs von level equipment ich kann sagen seit ich diese tasche habe hat sich mein leben drastisch verändert hört sich krass an ist aber so da passt alles rein mit dieser tasche bin ich von bogota hier nach usa geflogen und zur olympia und ich habe da glaube ich 20 verschiedene fächer drin leute da passt meine komplette trainings ausrüstung mein laptop arbeitszeug trainings equipment übrigens auch shoutout an climax griffhilfen bandagen für die knie gürtel da passt alles alles rein die kommen jetzt in den kopf dass die werbung vollständig ist überall spart ihr natürlich zum beispiel zehn prozent bei garnikus auf die backup rs auf die supplements bei climax auch mit mike 10 bei smile docs auch mit dem code mike und so weiter ihr wisst bescheid genug gewerbung jetzt gibt es haben uns in den kopf und dann geht es zur massage und wir sehen uns zur nächsten mal zeit wenn ihr von der massage nach hause kommen da gibt es nämlich tatsächlich mal was anderes und welche die wichtigste zutat machen wir einmal den salat hier höchstern die mikrowelle das klein essen schatz was gibt es das war jetzt was der mann gekocht hat ja und es schmeckt wirklich gut das ist fantastisch wo man muss man sagen die amis machen hier einfach gehackte pute relativ günstig leicht verdaubar günstig geht schneller zum zubereiten und schmeckt wirklich gut guten appetit mein schatz der kommt jetzt erstmal hier rein so ein bisschen dann tauschen wir noch ein bisschen mit gurke haben wir noch ein bisschen salat vorbereitet für die nächste mahlzeit hervorragend und dann gibt es jetzt gleich noch ich zeige euch das einmal natürlich noch avocado ein bisschen fett brauchen wir ja auch machen wir drauf so gute 50 70 gramm dürfen das sein und jetzt endlich seit monaten rindfleisch geil oder ich habe übrigens mein zähler eingelegt dass das fett ins zähler geht und nicht in mein essen zack ab in die mikrowelle kurz zur erklärung avocado für fette omega 3 wichtig in ballaststoffen wichtige nährstoffen salat ballaststoffe haben wir auch schon darüber gesprochen in video nummer 1 gurke bei laststoffe dann haben wir rindfleisch als proteinquelle selbstverständlich und gemixtes gemüse da haben jetzt wieder dieselbe zusammenstellung wir haben ein bisschen champignons also ein bisschen pilze ein bisschen paprika mais blumenkohl und brokkoli ja aber ich muss sagen der erste tag low carb ist ziemlich entspannt ich hatte verdammt viel essen abends giving deshalb noch einige tage ich denke aber so in ein zwei tagen gehen in die energie level runter und dann ist es auch in der zeit dass ich ein bisschen kohlenhydrate essen glaube ich mal zeit nummer drei gibt es ein paar subs dazu was ist das kidney also ein nieren ein nierensupplement was hilft wasserlos zu werden wir haben omega 3 die omega 3 von gannikus und noch mal ich glaube wie adept müsste das sein die sehen alle gleich aus nein das ist thyroid support für die bauchspeicheldrüse ja ja wunderschön hoffentlich esse ich jetzt nicht das c war mit ihr ich will mich ja nicht selbst loben aber die avocado schmeckt echt lecker ne tatsache das dürften jetzt so 250 gramm sein vielleicht mit dem c war 226,5 ohne 213,5 ok kein problem ich schnappe mir noch ein bisschen turkey ah off season ist so cool ich kann einfach essen was ich will ich mache jetzt einfach hier noch ein bisschen turkey dazu ist zwar kalt aber nicht so schlimm dass wir auch genügend protein haben mit dem gemüse hervorragend kann man nicht haten würde der henrik jetzt sagen ganz liebe grüße an henrik so würde ich sagen schatz essen wir mal legt doch endlich mal die kamera weg ist immer nur an der kamera man kann nicht mehr in ruhe essen heute immer muss eine kamera dabei sein und ein handy komischen influenza pack wir sehen es beim abendessen wir haben uns hier einige leckere sachen das ist eigentlich so die mahlzeit auf die ich mich am meisten freue wir haben probiotic Joghurt wir haben low fat cottage cheese also königend frischkäse wir haben hier peanut butter pulver das ist voll mit anti antioxidantien sage ich schon mit ballaststoffen das hat sehr wenig kalorien also eine ganze portion 1,5 gramm fett 5 gramm carbs und das mischen wir in den Joghurt dass wir so einen fetten geilen protein peanut Joghurt haben dazu gibt es noch für Silomask Flohsamenschalen auf deutsch da kommen auch noch ein paar gramm rein das sind die ballaststoffe die helfen dass der stuhl etwas luminöser wird und gut aufgequillt und wir dann gut auf den pott können dann haben wir noch leinsamen die kommen mit dazu die quellen dann auf dabei und machen das ganze so von der konsistenz her ein bisschen schleimiger und das sorgt dafür dass der stuhl besser aus dem arsch rutscht naja ihr wisst was ich meine dass man dass es besser hinten raus kommt aus dem afterglied genau aus dem afterglied wir haben hier noch ein veganes protein pulver das kann ich jetzt leider nicht zeigen aber es ist karamellisiertes popcorn als vegetarisches protein pulver was ist denn da drin das würde mich interessieren wir haben protein plant wir haben protein isolate aus reis wir haben erbsen protein hanf protein isolat und soja ist noch mit drin der grund dafür ich habe jetzt relativ viel tierische produkte gegessen über die ganze diät ganz viel hähnchen dann zum ende hin viel fisch ich will versuchen diese tierischen protein klein etwas zu senken das gehört jetzt mit zu der recovery dazu in einigen wochen wird da ganz mal wieder rindfleisch rein fliegen und hähnchen und sowas dann geht es hier weiter wir haben natürlich noch hier unseren antioxidant beeren und nussmix der geht auch langsam neigt sich dem ende zu das liegt daran dass ich gerne mal lasche und ich jetzt darf weil ich nicht mehr auf die ich bin ok wir haben hier noch eine zero schokosoße mit dem mit schoko banane die ist ziemlich sexy da kommt nur ein bisschen drüber ich habe ja gesagt konservierungsstoffe der ganze kam ist nicht so gut hatte ich aber tatsächlich lange zeit in der di drin also mein körper ist es gewohnt auch stevia also süßungsmittel dann haben wir hier noch almond butter also mandelmus das kommt damit drauf das bereiten jetzt zu und dann haben wir durch die milchprodukte milchsäurebakterien wir haben antioxidantien wir haben vitamine wir haben fette wir haben proteine wir haben alles was wir brauchen für ein hervorragendes abendessen das würde ich euch auch empfehlen wir machen das jetzt einmal zusammen dann zeige ich euch im prinzip wie das geht eigentlich kinderleicht ich habe mich jetzt entschieden wir nehmen 170 gramm von dem joghurt das ist eine portion die ist angegeben und zwar haben wir 1,5 gramm fett und 9 gramm kohlenhydrate das kommt natürlich durch den milchzucker der ist dann mit dabei und dann nehmen wir noch 200 gramm von dem cottage cheese und ich kann nicht sagen das schmeckt richtig lecker weil die konsistenz einfach ein bisschen das bisschen stärker als normale joghurt in den usa ist der joghurt das würde ich sagen ein bisschen lasch also der ist so ein bisschen flüssig der ist gar nicht schlecht aber ansonsten war das immer ein kampf zack noch ein bisschen so das passt hervorragend und der schmeckt wirklich gut ich sage euch mal die nährwerte das sind 12 gramm eiweiß pro portion also eine portion sind 113 gramm 12 gramm eiweiß 1 gramm fett und 4 gramm kohlenhydrate das ist okay jetzt kommen wir zu magie wir nehmen jetzt die pb2 diese erdnussbutter erdnussbutterpulver und da kommen jetzt 15 bis 20 gramm rein hervorragend dazu noch einen kleinen schuss von der mandelmilch das ganze wird nämlich gleich etwas dicker denn wir machen da flohsammschalen rein die flohsammschalen die binden die flüssigkeit und machen das ganze so ein bisschen fester ich nehme hier so 3-4 gramm rein perfekt jetzt muss das ganze relativ flott umgelegt werden weil wie gesagt das dickt relativ schnell ein und macht dann so eine etwas schleimigere ist nicht schleimig aber so eine festere konsistenz die quillt den bauch im magen dann ein bisschen auf zieht etwas flüssigkeit mit sich und dann kann man besser auf Toilette gehen das ist so also ich finde es immer ganz angenehm wenn ich am nächsten morgen aufstehe meine Zitrone trinke und bevor ich zum Cardio gehe einmal richtig dick auf die Toilette gehen kann dann fühlt man sich vom Cardio nicht so schwer die Verdauung die rutscht nach so das stoppt nicht alles wie ich das meine so das ganze Essen vom Vortag das hängt dann einfach nicht so lange drin dann fühlt man sich besser ich habe auch gemerkt wenn ich nicht aufs Klo gehen kann also wenn die Verdauung nachhängt dann ziehe ich Wasser das mag vielleicht daran liegen dass man Giftstoff nicht so gut ausleitet das mag daran liegen warum auch immer ich kann es euch nicht sagen aber ich habe das bei mir gemerkt je besser ich aufs Klo kann desto besser mein Wasserhaushalt ok so weit so gut jetzt kommen hier die Leinsamen mit dazu und das ganze muss tatsächlich mal so eine halbe Stunde ziehen also ich würde das jetzt nicht unmittelbar essen nachdem ich sie rein gemacht habe das ist natürlich mit meinem Wurstfinger nicht so einfach da kommen jetzt 10 Gramm rein ungefähr zack ok waren jetzt 11 aber nicht so schlimm schön einrühren das sieht jetzt schon geil aus wir das jetzt schon gerne essen ich glaube ich mache mir heute noch einen Apfel mit dazu rein ihr wisst ja Apfel Ballaststoffe Wasser unlöslich also Pektin sehr sehr wichtig jetzt kommt hier noch ein bisschen Hilfe mein Antioxidant Mix drauf noch ein bisschen das sind 30 Gramm 33 ein Traum und jetzt zu meinem Favorite Part die Almond Butter die ist so cremig ich muss nicht mal rühren Achtung ist ziemlich sexy was gleich passiert mhm 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 boah guck dich das mal an boah von 1 bis 10 wie sexy ist das? 2 safe ich wette um 100 Euro ich kann so ein ganzes Ding locker essen easy oder die große die ganz große Paco 1 Kilo 1 Kilo 1 Kilo 1 Kilo ja man ok so wir haben alles zusammen gemischt so sieht es aus sieht gar nicht so schlecht aus mit ein bisschen Mühe kann man das wirklich hübsch machen jetzt schneide ich da noch einen Apfel drauf und dann bin ich good to go fürs Bett das war es mit dem Essen relativ wenig ich habe jetzt wie gesagt die letzten Tage mir gut gegönnt ich habe jetzt wenn ich abends ins Bett gehe so um 11 Uhr habe ich bestimmt 8-9 Stunden Schlaf und wache so um 8 Uhr auf 9 Uhr dann mache ich Cardio und so gegen 10-11 Uhr geht es Frühstück also ich habe quasi 12 Stunden dazwischen keine Nahrung da kann sich mein Magen damit etwas ausruhen und dann habe ich quasi 4 Mahlzeiten 5 mit Pause Workout und dann geht es wieder um 11 Uhr ins Bett dann ist jeder happy das mache ich jetzt für so 4-5 Tage dann kommen die Kohlenhydrate langsam wieder rein dann ist auch der Gastauftritt also zeitlich passt das sehr gut dann sehe ich da etwas voller aus und nicht so eingefallen vielleicht mit etwas weniger Wasser würde ich mich darüber freuen und dann geht es langsam langsam bergauf in Richtung Off Season also ein bisschen Muckis aufbauen da erhöhen sich dann die Essensmengen da nehme ich euch aber auch mit also wir werden jetzt quasi das Ausdiäten zusammen machen und später in die Aufbauphase zusammen gehen dass ihr mal seht wie ich das Ganze so angehe ich hoffe für euch ist das interessant wie gesagt wenn ihr Bock darauf habt wenn ihr sowas sehen wollt wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt gerne unten in die Kommentare ballern dann machen wir das gerne für euch sehr geil das war es jetzt ich hoffe ihr habt es gefallen ihr wisst bescheid bis zum nächsten Video macht's gut das war es jetzt wir sehen euch 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 wir sehen euch